Semino Rossi, Let's Dance-Sensation? Jetzt spricht er Klartext. Semino Rossi bei Let's Dance? Das wäre bereits möglich gewesen, wenn der Schlagerstar denn gewollt hätte. Semino Rossi, 61, steht seit einigen Jahrzehnten auf der Bühne und begeistert die Fans mit seiner Musik. Seine Songs bringen nicht nur das Publikum zum Schunkeln, sondern auch der Schlagerstar wippt gerne während des Gesangs mit den Hüften. Richtige Tanzerfahrung hat der in Österreich lebende argentinisch-italienische Sänger jedoch nicht, und das wird sich wohl auch nicht mehr so schnell ändern. Diverse Promis aus den unterschiedlichsten Branchen haben nämlich in den letzten Jahren, egal ob sie Erfahrung hatten oder nicht, ihre Tanzqualitäten in der Tanzshow Let's Dance verbessert. Selbst Promis, die am Anfang ihrer Let's Dance-Reise kein Tanzgefühl besaßen, konnten am Ende jedenfalls die Grundschritte. Das wäre doch auch für Semino Rossi eine Möglichkeit, um sich vom Tanzmuffel zum Tänzer zu mausern, oder? Tatsächlich verriet er im Interview mit Schlager.de, dass es bereits eine Anfrage von RTL gab, diese jedoch beherzt abgelehnt hat. Am Anfang haben sie mich mal gefragt, ob ich dabei sein könnte. Aber da habe ich gesagt, das ist nichts für mich. Man muss schon wissen, wie das geht. So einfach ist Tanzen nicht. Klare Ansage von dem Rot sind die Roseninterpreten. Doch vielleicht überlegt es sich Semino ja auch in der kommenden Zeit nochmal. Schließlich konnten die Profitänzer schon dem einen oder anderen Grobmotoriker das Tanzen beibringen. Let's Dance 2024 Die Schlagerszene ist mit Gabriel Kelly trotzdem vertreten. Auch wenn Semino Rossi bisher immer Nein zuletzt Dance gesagt hat, so haben sich andere Schlagerstars bereits auf das berühmte TV-Tanzparkett gewagt. Darunter beispielsweise Vanessa Mai, Maite Kelly und Ella Endlich. 2024 ist Gabriel Kelly, 22, der Sohn von Angelo Kelly mit dabei. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Chumev möchte er sich bis zum Titel Dancing Star 2024 tanzen. Ob es Ihnen gelingt? Wir werden sehen.